Wie reich muss man sein, damit man Freiheit genießen kann? Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch. Heute mit einem Gast, der Grenzgänger ist zwischen zwei unterschiedlichen Welten, nämlich einmal der Philosophie und einmal der Politikwissenschaft. In beiden Feldern hatte er jeweils zweimal eine Professur. Im Moment hatte er eine Professur in der Philosophie an der Freien Universität Berlin. Er ist aber auch gleichzeitig assoziiertes Mitglied beim Politikwissenschaftlichen Institut an der FU. Herzlich willkommen, lieber Professor Gussepart. Ja, wunderbar. Ich freue mich, hier zu sein. Kommen wir zurück zur Frage. Wie reich muss man sein, damit man Freiheit genießen kann? Und wenn ich sage reich, dann denken viele Leute ja im ersten Moment auch an Geld. Also was braucht es an Materiellem, damit ich meine Freiheit genießen kann? In der Tat braucht man eine ganze Menge Ressourcen, sage ich jetzt mal etwas allgemein mit einem Fremdwort. Also man braucht auch Geld, aber man braucht nicht nur Geld. Ich werde Ihnen jetzt auch keine konkrete Summe sagen. Aber letztendlich geht es um die Idee, dass ich nicht nur frei bin von Freiheitshindernissen, also dass mich keiner in Ketten legt oder ins Gefängnis wirft oder festhält, sondern dass ich auch Ermöglichungsbedingungen habe, meine Freiheit zu genießen. Und dazu brauche ich eben eine ganze Menge von Ausstattung, könnte man jetzt auch sagen. Ich muss erst mal bestimmte Bildungen haben. Ich muss mir freie Gedanken machen können, um mir zu überlegen, was ich eigentlich will, ohne dass andere mir das eingeflüstert haben, die Eltern, die Gesellschaft. Ich muss dann Ermöglichungsbedingungen haben. Ich muss bestimmte Fähigkeiten haben, das, was ich will, auch umzusetzen. Aber natürlich nur im Rahmen. Nicht alle Fähigkeiten kann ich haben. Dann brauche ich bestimmte materielle Ressourcen, damit ich bestimmte Sachen auch umsetzen kann. Da sind wir jetzt beim Geld. Aber ich brauche zum Beispiel eben auch Gesundheit und ich brauche auch stabile politische Verhältnisse, damit ich mich darauf verlassen kann, dass ich, wenn ich eben Pläne für ein paar Jahre mache, dass die dann auch in ein paar Jahren tatsächlich umgesetzt werden können. Sie sehen, es ist ein ganz reichhaltiges Arsenal von Ressourcen, die wir eigentlich brauchen, um tatsächlich frei zu sein. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich nicht frei fühlen, weil sie sagen, ich muss jeden Morgen aufstehen, muss zu arbeiten. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, naja, aber je mehr von dem Geld, desto besser und desto vielleicht freier würde ich mich auch fühlen. Dann wiederum gibt es Leute, die sagen, ab 70.000 Dollar oder 250.000 Dollar Einkommen im Jahr ist der Grenznutzen von Geld erreicht. Man spürt nicht mehr Zufriedenheit oder Glück. Und vielleicht liegt es ja daran, dass es dann eben so viele andere Aspekte auch noch braucht. Sie nannten eben zum Beispiel auch die Gesundheit, an die man in einem bestimmten Alter wahrscheinlich weniger denkt. Und je älter man wird, desto eher bist. Genau. Also in der Tat über das Geld kann man jetzt noch mal reden. Und natürlich ist so einfach, Geld zu fordern ist einfach, aber es muss natürlich auch einer bezahlen. Also insofern muss man natürlich über die richtige Verteilung der Ressourcen reden. Denn wenn ich frei sein will, wollen das andere auch. Und bei der Freiheit gilt natürlich genau so, dass wir alle gleichermaßen Freiheit haben sollen. Insofern kann ich jetzt nicht mehr Mittel für mich beanspruchen, außer ich habe besondere Bedürfnisse, weil ich behindert bin oder sowas, als alle anderen. Aber in der Tat ist natürlich jetzt auch erstmal wichtig, dass man sich klar macht, es gibt eben ein paar Grundvoraussetzungen. Und Gesundheit, wenn wir gesund sind und jugendlich, Sie sagen es gerade, dann geht man davon aus, dass das selbstverständlich ist. Und ab einem bestimmten Punkt merkt man, das ist nicht mehr selbstverständlich. Auch in unserem Lande, wenn man ein relativ politisch stabiles System hat, das einigermaßen gut funktioniert, dann denkt man ja, das ist selbstverständlich. Und dann gucken wir uns in der Welt um und stellen fest, das ist natürlich überhaupt nicht so. Insofern ist es aber wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass es solche ein paar Grundvoraussetzungen dieser Art gibt, die man auch selber gar nicht herstellen kann und die man nicht selber ansparen kann, sondern die ganz stark davon abhängen, was alle anderen machen und wie alle anderen ihre Freiheit gebrauchen. Insofern ist meine Freiheit total abhängig davon, wie alle anderen ihre Freiheit gebrauchen und wie wir uns, und so wäre natürlich die Idee, uns gemeinsam darüber verständigen, wie die Freiheitsspielräume gestaltet werden sollen und wie die Mittel zur Nutzung dieser Freiheitsspielräume verteilt werden sollen. Insofern ist Demokratie eine Ausübung unserer Freiheit, unserer kollektiven Selbstbestimmung, aber gleichzeitig auch eine Bedingung der Möglichkeit davon, dass wir individuelle Freiheit genießen können. Ich fand diesen Gedanken so spannend, also vielleicht haben wir ja Einfluss auf unser Einkommen, auch auf unsere Gesundheit, mit ein wenig Glück ist beides vielleicht auch besser. Aber dann gibt es Dinge, da sagten Sie, da habe ich als Individuum eben kaum einen Einfluss, da bin ich abhängig davon, wie sich die Menschen um mich herum verhalten, in was für einem System ich lebe. Wir könnten ja nochmal einen Fokus legen auf diese Elemente, die es braucht, um eben Frau auch frei zu sein. Sie nannten zum Beispiel gerade eben auch das Rechtssystem. Ja, genau. Also zunächst mal gibt es, der Zusammenhang von Freiheit und dem politischen System ist ein Doppelter. Das eine ist sozusagen, ich bin frei für mich selber, also Stefan Gosebatt will frei sein, das ist individuelle Freiheit. Und dazu brauche ich bestimmte Bedingungen, um frei sein zu können, zum Beispiel von anderen nicht gehindert zu werden. Gleichzeitig gibt es aber auch eine kollektive Freiheit. Wir zusammen wollen frei sein und das heißt, wir müssen uns auch selbst bestimmen. Das heißt, dass eben zum Beispiel die politischen Rahmenbedingungen von uns selber gestaltet worden sind zusammen. Das ist in der Familie schon so, aber das ist natürlich in der Gesellschaft schon so und im Staat. Und dann ist es eben jetzt wichtig, dass wir eine bestimmte Staatsform haben, die maximale Freiheit für diejenigen, die am Kollektiv beteiligt sind, ermöglicht und gleichzeitig sinnvolle Entscheidungen ermöglicht. Und das nennen wir die Demokratie. Das ergibt eben jedem das gleiche Recht, sich an der Gestaltung des Gemeinwesens politisch zu beteiligen. Auch hier gilt genau das Gleiche. Jeder hat ein Stück Freiheit und zwar das gleiche Stück Freiheit wie jeder andere auch. Gleiche Mitbestimmung. Und dann müssen wir sehen, dass wir eben in dieser demokratischen Entscheidung uns so entscheiden, dass wir auch unsererseits die Freiheitsspielräume für jeden möglichst groß halten. Und jetzt ist noch eine ganz wichtige Einschränkung, die jetzt für unser Rechtssystem auf Ihre Frage zurückkommt, wichtig ist. Auf das Spiel der Demokratie würde ich mich gar nicht einlassen, wenn die Mehrheit beschließen könnte, mich zum Beispiel zu versklaven. Also maximale Unfreiheit. Und wenn es einfach nur nach Mehrheitsentscheidungen geht und viele Leute verstehen Demokratie als einfacher Mehrheitsentscheidung, dann könnte das natürlich passieren, dass die Leute entscheiden, mich zum Beispiel zu versklaven, weil das günstiger für sie alle ist. Und jetzt muss ich sicher sein, dass ich eigentlich sozusagen, wenn ich in diese gemeinsame demokratische Entscheidung reingehe, bestimmte Grundvoraussetzungen gesichert sind, dass mir das zum Beispiel nicht passiert. Und das tun wir dadurch, dass wir uns bestimmte Grundrechte wechselseitig zugestehen, die wie Trumpfkarten wirken. Wenn eine demokratische Mehrheit sowas entscheiden sollte, dann ziehe ich diese Trumpfkarte und sage, das dürft ihr nicht entscheiden. Das ist mein Grundrecht. Und dazu gehören natürlich vor allem eben die Grundfreiheiten. Das haben wir jetzt bei der Covid-Krise jetzt auch wieder gesehen, dass man auf einmal irgendwie sagt, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, das sind grundlegende Freiheiten, die eben bei uns auch in der Verfassung deshalb gesichert sind und über die deshalb der demokratische Souverän nicht entscheiden kann. Sonst kann man eben zum Bundesverfassungsgericht gehen und sich da versuchen, sein Recht zu holen. Aber das heißt sozusagen, wir haben ein Rechtssystem, ist die Voraussetzung davon, dass wir Freiheit überhaupt genießen können. Aber gleichzeitig müssen wir, wenn wir das Rechtssystem selber demokratisch entscheiden, uns schon vorweg bestimmte Grundfreiheiten zusichern, damit diese demokratische Entscheidungsfindung so ist, dass sie tatsächlich immer die gleichen Freiheitsspielräume für alle Beteiligten ermöglicht. Für jemanden wie mich, der aufgewachsen ist in einem demokratischen System mit einem sicheren Rechtsstaat, sind das so ganz theoretische Überlegungen, weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe. Ich denke, vielen Menschen wird es auch so gehen und jetzt ein Stefan Grosebart als Galärensklave ist eine sehr absurde Vorstellung, finde ich. Aber klar, in der Theorie braucht es das, dass ich diese Trumpfkarte, so haben Sie das genannt, ziehen kann. Was braucht es denn noch? Also was ist zum Beispiel mit anderen staatlichen Dingen, die organisiert sein müssen, damit ich meine Freiheit leben kann? Na, also abgesehen vom Rechtssystem, dass mir das Recht zugestehen muss, muss ich natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, bestimmte Ermöglichungsbedingungen haben. Also jetzt haben Sie mit Recht gesagt, Galärensklaven, das ist hoffentlich 2000 Jahre her, nicht ganz leider. Aber die Frage, die zum Beispiel jetzt wichtiger ist, ist eben zum Beispiel bei der Covid-Krise in gewisser Weise, wie sichern wir gleiche Gesundheit für alle Beteiligten? Und darüber hat es ja einen gesellschaftlichen Streit gegeben. Und dann merkt man schon genau, wer entscheidet das eigentlich? Entscheidet das die Exekutive? Sollen wir das demokratisch entscheiden? Gibt es bestimmte Grundrechte? Und dann merkt man auf einmal, in so einer Krise werden die Grundfreiheiten auf einmal gleich wieder existenziell, wenigstens für bestimmte Leute, die sich benachteiligt fühlen. Aber nehmen wir jetzt wieder die Covid-Krise, weil uns da die Erinnerung vielleicht noch frisch genug ist. Diejenigen, wir sind alle auf das Gesundheitssystem angewiesen gewesen, in einem Maße, das uns vorher vielleicht auch nicht mehr so selbstverständlich war. Und dann haben wir gemerkt, dass für das Gesundheitssystem eben bestimmte Bedingungen auch erfüllt sein müssen. Und das heißt, schlecht bezahlte Pflegekräfte alleine reicht nicht. Und wahrscheinlich reicht es auch nicht, obwohl das natürlich ein schönes Signal ist, vom Balkon aus den Pflegekräften zuzuklatschen und Solidarität zu bezeugen. Die müssen dann tatsächlich auch besser bezahlt werden. Und das betrifft uns dann alle wieder selbst. Denn wir SteuerzahlerInnen müssen es dann natürlich auch tatsächlich bezahlen. Und dazu sind dann auch viele, weil sie selber gar nicht so viel Geld in der Tasche haben, auch gar nicht so ohne weiteres bereit. Und da merkt man jetzt, sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, wie viel Geld braucht man? Aber bestimmte Leute brauchen eben auch bestimmte materielle Ressourcen. Das heißt zum Beispiel einen anständig bezahlten Job, damit sie überhaupt ihre Freiheit ausleben können. Und wahrscheinlich sind moderne Sklavenverhältnisse heute eher, was weiß ich, ein Sweatshop in Bangladesch. Also wo Leute unter menschenunwürdigen Bedingungen bestimmten Tätigkeiten nachgehen müssen, weil die kapitalistische Verwertungskette so ist, dass das das Einzige ist, wie sie sich den Lebensunterhalt verdienen können. Und da kommt es schon sozusagen zu Formen, die irgendwie vergleichbar sein könnten zu moderner Sklaverei. Und vielleicht hatten sie auch nie die Chance, etwas anderes zu lernen oder auf einen höheren Abschluss zu machen, obwohl sie dazu die Fähigkeiten hätten. Wie wichtig ist Bildung und der Zugang zu Bildung, um komplett frei zu sein? Ganz genau. Und jetzt sind wir genauso. Das heißt, wir brauchen natürlich zum Beispiel eben auch ein Bildungs- und Erziehungssystem, das in Deutschland glücklicherweise ja weitgehend kostenfrei ist. Und das heißt eben, wir sehen es als eine gemeinschaftliche Aufgabe an, alle mit diesen Fähigkeiten auszustatten, die man beibringen kann. Dazu braucht es natürlich gewisse Talente. Dazwischen wird es natürlich noch Unterschiede geben. Aber dass man irgendwie denkt, eine bestimmte Grundbildung, darauf hat jeder, der hier lebt, ein Anrecht. Und das sollte ihm kostenfrei gewährt werden, damit er das Bestmögliche aus sich und ihr rausholen kann. Das ist auch ein Freiheitsgewinn, weil man mehr mit seinem Leben machen kann. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch ein Gewinn für uns alle, weil diejenigen sich besser verwirklichen können und dadurch dann mehr zum Gemeinwohl beitragen können. Jetzt ist es ja so, dass zumindest nach meinem Eindruck die Demokratie ganz schön unter Druck steht. Wenn ich es richtig weiß, haben vor zehn Jahren mehr Menschen auf der Welt in einem demokratischen System gelebt, als es heute tun. Und das ist nicht mehr so, dass es so eine vielleicht wie noch vor 20 oder 30 Jahren ganz eindeutige Tendenz gibt nach dem Fall der Mauer. Es entwickelt sich überall in der Welt eine Demokratie. Sondern heute, glaube ich, gibt es mehr Zweifel. Was muss denn in unseren Köpfen passieren, damit wir diese Freiheit, die wir vielleicht haben und an die wir uns so gewöhnt haben, anders wertschätzen? Oder dass sie andere Leute erst mal erlangen können, die nur weit entfernt sind davon? In der Tat ist es leider so, dass die Demokratie, genauer gesagt die liberale Demokratie, unter Druck ist. Interessanterweise sind viele der autoritären Staaten nennen sich selber noch Demokratien. Also das, wogegen sie sich wenden, ist in der Regel der Liberalismus. Also Orban sagt das dezidiert, er hat eine illiberale Demokratie und das bringt es auf den Punkt. Also auch wenn wir das nicht mehr Demokratie nennen würden, wollen sie von sich selber sagen, sie sind eine Demokratie, aber sie sind eben keine Liberale. Und hier ist das jetzt deshalb für unser Thema wichtig, weil der Liberalismus ist natürlich die Staatsform, die die Freiheit am höchsten hält. Also der Kerngedanke des Liberalismus ist, dass die Ermöglichung der individuellen und kollektiven Selbstbestimmung gewährleistet ist, staatlicherseits in der politischen Ordnung. Und das scheint gerade unter Druck zu kommen. Und das irritiert zunächst einmal, weil man ja vielleicht sogar denken könnte, es gibt ein allgemeines Bedürfnis nach individueller und kollektiver Freiheit. Und jetzt sehen wir da stattdessen aber, dass die autoritären Regime zugenommen haben. Das ist die Bedrohung von außen und dass es gleichzeitig von innen durch populistische Bewegungen auch enormen Druck gibt. Jetzt ist die Frage, wie man das erklären kann. Das wird jetzt gerade politikwissenschaftlich sehr stark untersucht, warum die zunehmend an Attraktivität gewonnen haben. Sicherlich ist eine Erklärung, dass die bestehenden liberalen Demokratien zu viel versprochen haben und dass weltweit jetzt festgestellt worden ist, das ist nicht richtig geliefert worden. Das ist insbesondere in den ehemaligen Sowjetrepubliken der Fall, die irgendwie sich, glaube ich, den großen Wohlstand und die große Freiheit versprochen haben. Und das ist dann tatsächlich nicht gewährleistet worden. Also da müssen sich die liberalen Demokratien, zu denen ich Deutschland auch dazu zähle, sozusagen selbst ans Revers hacken und sagen, warum haben wir nicht das geliefert, was wir versprochen haben? Und das Gleiche gilt auch nach innen, also insbesondere natürlich nach Ostdeutschland, weil es da natürlich nach wie vor, auch nach über 30 Jahren sehr viele gibt, die enttäuscht davon sind, dass es sozusagen zur Wiedervereinigung gekommen ist. Das hat mit an materiellen Bedingungen zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass ein bestimmtes Verständnis offenbar von Demokratie da war, wo sie sozusagen direkteren Einfluss haben. Also denken Sie einfach daran, dass der Slogan der friedlichen Revolution, wir sind das Volk, jetzt eben von der AfD zum Teil, wie ich sagen würde, missbraucht wird, weil sie eben denken, es sind politische Eliten, die im Hinterzimmergesprächen in der Berliner Republik irgendwie Politik entscheiden. Und es sind natürlich auch institutionale Institutionen, die die Politik der Bundesrepublik maßgeblich beeinflussen, dass wir ganz häufig sagen, da können wir gar nichts machen. Das hat die EU entschieden oder die Welthandelsorganisation oder so etwas. Also da gibt es auch eine gewisse Frustration, die man auch verstehen kann erst mal. Aber wo man jetzt klar machen muss, wie funktioniert jetzt eigentlich das politische Handeln realistischerweise wirklich, sodass wir uns tatsächlich da als kollektiv mitbestimmend empfinden können. Geht es dann nachher doch wieder nur ums Geld? Und wenn ein System nicht ganz so demokratisch ist, aber einen Wohlstand sichert, dann akzeptiere ich als Untertanen, dass eben doch, also so ein System wie in Singapur, sehr viel Reichtum, aber doch Einschränkungen, dass wir es definitiv nicht als liberale Demokratie bezeichnen können. Ja, ich meine, Singapur ist wahrscheinlich das Vorzeigebeispiel für so ein Modell, autoritär, aber wohlhabend. China hat das natürlich ein Stück weit auch geschafft, aber gerade in China sehen wir natürlich auch sofort die Probleme. Also sobald es nämlich Probleme gibt, dann hat die Bevölkerung keine Mitbestimmungsrechte dabei. Also man muss sich auch da klar machen, welche Gefährdungen, selbst wenn es den Leuten nur ums Geld geht, und das glaube ich nicht, dass es ihnen nur ums Geld geht, aber selbst wenn es ihnen nur ums Geld geht, muss man sagen, sobald da irgendwie Probleme entstehen, haben sie keine Selbstbestimmungsrechte mehr in dem Kollektiv zu regeln, wie es dann irgendwie besser gehen soll oder welche Reparaturmaßnahmen man da eingehen soll. Und genau in dem Moment kippt die Sache dann so, dass auch die Bevölkerung selber sieht, wie autoritär ihr Regime ist. Deshalb halte ich das natürlich nicht für attraktiv. Und ich glaube, auch politisch wird es nicht langfristig attraktiv sein. Aber es ist in der Tat eine Besonderheit, dass wir im Moment gerade sehen, dass diese Modelle auf dem Vormarsch sind und zunächst mal Attraktivität beanspruchen. Jetzt lassen Sie mich noch ganz schnell sagen, dass natürlich für einen Großteil dieser autoritären Regime, insbesondere Russland, das überhaupt nicht gilt, dass es Wohlstand ist. Im Gegenteil, die Bevölkerung ist größtenteils sehr arm und leidet. Also da wird sozusagen das autoritäre Regime nicht mal kompensiert dadurch, dass es der Bevölkerung materiell gut geht. Vielleicht ist es nicht nur der Wohlstand, sondern auch die Schnelligkeit von Entscheidungen. Manchmal gibt es doch eine große Kritik an Demokratien, weil alles so lange dauert. Und bis eine Bahnstrecke gebaut wird, sind 25 oder 30 Jahre ins Land gezogen. Die letzte Strecke, die, glaube ich, ganz neu war, in Anführungsstrichen von München nach Berlin, war wirklich noch ein Projekt der deutschen Einheiten. Ist ja erst vor einigen Jahren eingeweiht worden. Da ist uns das noch mal vorgeführt worden. Also ist vielleicht auch das etwas, was die Demokratie wenig attraktiv macht, dass je komplexer ein System ist, umso mehr Leute mitsprechen, alles länger dauert und man dann das Gefühl hat, ach, die da oben oder wir kommen nicht zu Potte, kriegen es nicht hin, dass sich was verändert. Ja, das ist sicherlich auch ein Teil. Andererseits ist es genauso, diese Projekte dauern unter anderem, das Bahnproblem ist komplexer, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass wir da eine neoliberale Wende hatten, die wir jetzt zurücknehmen müssen, dass wir irgendwie Teile gedacht haben, es geht privatwirtschaftlich besser und sehen jetzt, das geht bei Gemeinschaftsausgaben und bei Infrastrukturprojekten derart nicht. Es ist schon ein gemeinsames Projekt. Aber es dauert natürlich auch deshalb lange, weil Leute erstmal berechtigterweise Einspruch dagegen erheben, dass die Trasse durch ihren Vorgarten überpunktiert geführt werden soll. Und bis das alles abgearbeitet ist, dauert es eine ganze Weise. Aber jetzt kann man den Leuten mal sehen, wie würden die sich denn jetzt fühlen, wenn gesagt wird, wir entscheiden das jetzt hier in Berlin an irgendeinem grünen Tisch und keiner wird gefragt, wo die Trasse durchgeht. Dann sieht man natürlich, wie in Stuttgart 21, nicht ganz unberechtigterweise, dass es auch massiven Protest gibt. Also insofern denke ich, das ist immer zweiseitig und man macht sich das häufig gar nicht klar. Klar sind die Prozesse zu lang. Auch gerade Deutschland hat da jetzt in letzter Zeit auch häufiger den Vogel abgeschossen. Das müssen wir irgendwie ändern. Aber es ist nicht im Prinzip das demokratische Verfahren, was das Problem ist, sondern es geht darum, wie man das demokratische Verfahren gestaltet. Und deshalb ist natürlich nochmal so, wir sind jetzt ja auch nicht auf der Agora in Athen und reden alle miteinander und beschließen alle miteinander. Also jetzt mal, um unser klassisches Modell zu machen, das ist natürlich schon einfach in der Größenordnung gar nicht darzustellen. Aber es gibt eben, wir sind im Wesentlichen ein repräsentatives System, das verschiedene Institutionen hat. Und man muss sich immer überlegen, wie macht man ein solches Verfahren bei so vielen Einwohnern Deutschlands irgendwie effektiv. Und daran an den Stellschrauben kann man drehen. Aber auch das müssen wir wieder gemeinsam beschließen. Dann, weil es sozusagen der Staat sind eigentlich wir. Wir, wenn wir sagen, dieser Staat ist zu langsam bei seinen großen Infrastrukturprojekten und bei anderen Sachen, dann sind wir es, die aufgerufen sind, mitzutun und sich zu überlegen, wie machen wir diesen Staat effektiver. Und Effektivität der Politik ist natürlich auch ein Gut, das wir brauchen, damit man sich, um wieder auf unser Thema zu kommen, zu sagen, damit man seine Freiheit genießen kann. Wenn wir auf einmal das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr von A nach B, weil die Strecke eben dauernd kaputt ist oder die Züge liegen bleiben, ist das eine Freiheitseinschränkung. Und in dem Sinne müssen wir unsere kollektive Freiheit hier auch gemeinsam organisieren. Deshalb ist Freiheit auch immer eine Aufgabe. Es ist einfach zu sagen, die anderen sollen mir die Freiheit sichern. Aber nein, ein Schuh wird daraus, dass wir sagen, die Freiheit, was die Bedingungen der Freiheit sind, beschließen wir gemeinsam. Und deshalb müssen wir daran gut mittun, gemeinsam zu beschließen, wie wir unsere Freiheit möglichst optimal herstellen und sichern können. Das klingt anstrengend und gleichzeitig nach einem Paradox will ich wirklich frei sein und diesen ganzen Reichtum, den wir ja gut bestimmt haben, genießen, bedeutet, dass ich auch in einem Aspekt nicht frei bin, nämlich von der Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass sie hier entstehen kann. Herr Professor Goderbart, vielen Dank für diesen tiefen Ausflug in die Freiheit, die Gelingensbedingungen und die Möglichkeiten, die wir haben und brauchen, damit sie entstehen und weiter gedeihen kann. Dankeschön. Ja, war mir eine Freude. Gleichfalls. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017